So, hallo zusammen, so wie gehabt ist heute wieder mal ein One-Tag dran, also bitte höchste Konzentration, Barilla, bis ready an der Cam, einmal runter, sehr schön, okay, langsam runter, gut und go, Maxi, Klaas, bitte reinjumpen, wo seid ihr, bitte reinjumpen jetzt, jawohl, Klaas, was ist mit dir los, haben sie dir die Haare nicht fertig gekriegt in der Maske, oder warum hast du die Trockenhaube noch auf und hab eigentlich nicht gesagt, gedeckte Farben, was ist denn da, bitte los, ist egal, jetzt ein bisschen Dance-Movement, was ist mit deinen Händen los, gell, ja, ja, oh, Barthog, super, hey, das Wurst-Outfit steht ja gut, siehst, hey, Glammer, Glammerwurst ist es, das ist der way to go, was, was, wo, weiterlaufen, weiterlaufen, wie kann man denn das vergessen, komm, Patrick, jetzt machst du ein bisschen flamboyant, gell, die Geste auch mal aus-ecknen, bitte, Schlange, Gartenschlauch, gell, Brady, ja, Kreisel, ja, und zählen, und dann bitte einmal die Bildschieber-Effekt, wo ist er, ja, sehr schön, und jetzt das gleiche, wieder rückwärts, richtig gut, richtig gut, und bitte einmal Dancing, jawohl, richtig gut, Meckes, der Träumer, wo ist er, jawohl, du fühlst den Träumer, richtig gut, Meckes, jawohl, du, äh, Klaas, was haben wir denn eigentlich über diese Mütze gesagt, haben wir uns da drüber schon mal, und, ja, scheiß drauf, Tua, geh voraus, jetzt, liebe Synchro, bitte, so, Entenparade, hinterherlaufen die anderen, da kann auch ruhig mal einer klatschen, das tut keinem weh, ja, gut, gut, wo haben wir den Frankfurter Applaus, kommt doch der Frankfurter Applaus, jawohl, so, jetzt bitte, einmal den Weg blocken, Tua, block den Weg, die anderen Hasen bitte reinschlüpfen in den Bus, ja, und kannst du so unbeholfen wie möglich rückwärts, ja, richtig gut, richtig unbeholfen, sehr schön, so, Beata, jetzt machen wir das, dass wir einfach mal random Schrift reinpacken, so, was da gerade einfällt, gell, lässt doch Fantasy freien Lauf, so, Assoziationskette, gell, so, Mecki, Bartok, kommst du rein, nee, Bartok, bleib stehen, komm, du passt doch da nicht durch, das sieht man doch, gut, Mecki, okay, dein Part, so, auch ganz, ganz unbeholfen rückwärts, bitte, so, okay, jetzt gehen wir gleich wieder raus aus dem Bus, gell, Barilla, du folgst jetzt einfach dem Maxer nach, auch den Winkern nach, schwenk da hin, wo er hin zeigt, ja, richtig, jawohl, du, Mecko, du winkst einfach weiter, und jetzt machen wir also, jetzt machen wir die Sache mit dem Mikro, so, ein, zwei, zwei Mikro, warum brauchst denn du zwei Mikrofone, bitte, nimm noch einer, das Mikrofon wieder ab, so, jetzt ganz akkurat bitte den Libsync, ja, ich hab gesagt, akkurat, nicht, nicht akkurat, Mecko, Mecko, jetzt spring auf die Bühne, sammelt die Jungs wieder ein, seid ihr alle da, hat jeder seinen Partner, na gut, und abhampeln, wer kann am humblingsten hampeln, ne, das ist doch der Klaas, blass die Motte auf, Gernot, blass die Motte auf, Mensch, du bist immer zu spät mit der scheiß Motte, Klaas, jetzt ein bisschen Hölfunger, Barilla, fährst du mal drauf auf den Klaas, ja, das ist der mit der Haube, der mit der komischen Haube, ich weiß es doch auch nicht, okay, Klaas, so, wir finden es alle albern, aber jetzt machen wir das Beste draus, komm, overacting, das wird schon so, ich glaub, ich glaub sowieso, dass wir den verloren haben, wenn wir ehrlich sind, aber naja, Meckl, mach mal ab und zu die Querflöte, das ist auch ein richtig schönes Motiv, und da wollen wir nicht vergessen, dass wir ab und zu auch noch so Schriften reinbängern, hä, wo ist jetzt die Querflöte, Mecko, jawohl, richtig schön, ja, so, um Gottes Willen, das wird halt gar nichts, Tua, kannst du das vielleicht nochmal retten, geh mal vor, ja, komm, wir blenden aus, bevor es jetzt noch schlimmer wird, das ist ein Rap-Tour, ich dank dir, hast du grad noch rumgerissen, das Bruder.